Liebe Lieben, wir befinden uns in einer ganz besonders magischen Zeit und es ist so, dass alles jetzt in Richtung neue Zeit, in Richtung goldenes Zeitalter, Aufstieg oder wie auch immer du es nennen möchtest, fließt und strömt. Und sicherlich hast du es bereits gemerkt, gespürt, wenn du mir folgst, mich hörst, dass wir nicht mehr um ihn können, in unsere Meisterschaft zu gehen, unseren Seelenplan zu entfalten. Es wird tatsächlich nun einfach so sein, ob wir das wollen oder nicht. Und wenn du Lust hast, das ganz gezielt und in der Tiefe und mit viel Basis und vor allem mit unendlich viel Liebe in Begleitung der geistigen Welt zu tun mit mir, dann freue ich mich, wenn wir uns sehen in der Meisterschule, die schon am 5. Juni wieder startet. Online, live, einfach wunderbar, mit Worten nicht zu beschreiben. Ich freue mich auf dich, weil du so von Herzen gern gesehen bist in diesen neuen Gemeinschaften, die sich nun gründen, die ganz leicht sind, weil Liebe leicht ist. Ich freue mich auf dich. Lass es dir gut gehen und melde dich gleich an.